Hallo und herzlich willkommen zurück zu Maryville Dynasty mit meiner bereits 34. Folge immer noch am 10.07.2022 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt es wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an Exquisite. Exquisite hatte nämlich am 16.11.2021 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nr. 622. Exquisite verschwendet jetzt aber wieder und Junge, 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 jetzt habe ich erstmal die Story von der letzten Folge ein bisschen verdaut. Holler die Waldfee, das war schon, das ging mächtig ans Herz, glaube ich. Also auch für jemanden, der noch kein Kind hat, also in meinem Fall. Trotzdem, das ist, boah, kann ich mir gar nicht vorstellen, ey, wie man sich da fühlen muss. Und dann noch in dieser Situation mit dem mehr oder weniger gegenseitigen Betrüge da. Gut, was mir jetzt aber noch einfällt, Onigos sagte, ich soll mit Sambor reden. Alvin sagt, wir sollen einen Jäger finden, also vorher noch mit jemand anderem reden. Mit Glück ist das ebenfalls Sambor, sodass wir dann beide Storyquests gleichzeitig mehr oder weniger dann dort abschließen können. Wäre natürlich witzig. Dann ist mir noch eingefallen, Sambor sagt ja, er geht nicht mehr jagen, schon seit einigen Jahren nicht mehr, weil keine Gewalt, kein Blut mehr und bla bla bla. Vielleicht wird ja Alvin der nächste Jäger sozusagen. Aber wo soll dann Sambor wohnen? Oder wird Sambor dann hier in Christovia dann auf dem Acker stehen und arbeiten? Würde ich irgendwie witzig finden. Na gut, ich sage jetzt mal fortsetzen. So, folgst du mir jetzt auch wirklich oder läufst du vor? Ne, er läuft mir hinterher, egal wo ich langlaufe. Jep, okay, Pathfinding funktioniert, wunderbärchen. Braucht mir keine Sorgen machen. Gut. Wir gehen diesmal wo lang? Meine beide Brücken sind gleichermaßen entfernt. Ach, wisst ihr was? Wir gehen quer durch den Fluss. Ich habe sowieso wieder Durst wie so ein Elch in der Wüste. Oder Wale in der Wüste, wie auch immer. Und dann wird der Herr Alvin wenigstens gleich mal sauber dabei. Arschbombe! Ach, okay, war flaches Wasser. Dann trink mal was. So, läufst du mir doch wirklich das Wasser? Da läuft mir echt das Wasser hinterher. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte echt, da geht das außen rum, aber nö. Der hat wirklich ganz, ganz stures Pathfinding drin, ne? Wenn ich das jetzt so mache, gehst du auch in die Hocke? Ne? Und nicht atmen verjessen, Kumpel. Oh Gott. Dann ist dem halt so. Aber wir sind auf jeden Fall schneller da, als wenn ich jetzt über die Brücke hier laufen wäre. Obwohl, der Wasser ist schneller. Ich glaube, es ist gleich schnell. Allerdings im Wasser habe ich noch den Vorteil, wie es nochmal sauber zu werden zwischendurch. Moment. Ja, sauber. Richtig sauber. Oh, so viele Steine. Moment. Ich brauche wieder Steine zu Hause. Moment. Ja, ja, sorry. Und wer weiß, wenn ich euch ja noch irgendwie so ein Steinmesser herstellen und so weiter, dann habe ich wenigstens schon mal Steine. Oh, Steine. Oh, Steine. Nein, Stock. Stein will ich haben. Nein, Stein. Danke. So, hier vorne irgendwo. Dann da drinnen wahrscheinlich. Moinsen. Ha. So, willkommen. Hallo. Du hattest vor einer Weile erwähnt, dass du einen Jäger kennst, der Bogen verkauft. Könntest du uns vielleicht verraten, wo wir ihn finden können? Sicher. Allerdings ist der Jäger eine Jägerin. Mist, es ist nicht Sambor. Ihr Name ist Gisela. Sie lebt in Lesnika, einem Dorf westlich von hier. Von hier. Achso, dann am Fluss wahrscheinlich das Dorf. Vielen Dank. Also, weiter mit uns. Seid in den Wäldern auf der Straße auf der Hut. Und auch Frau Gisela. Sie kann recht aufbrausend sein. Wir werden deinen Rat beherzigen. Danke dafür. Okay. Lesnika? Dein Ernst? Am Arsch der Welt? Oh, komm schon. Oh. Ich will ein Pferd. Ich will verdammt noch mal ein Pferd. Das kann nicht euer Ernst sein. Ja gut, dann kann ich erstmal... Wie spät haben wir es denn? Schon wieder ziemlich spät. Da wird sogar noch die Nacht rumgehen. Aber es wird noch mit Alvin passieren, wenn die Nacht schon rum ist. Dann würde ich jetzt erstmal die Steine nach Hause bringen wollen. Um eine Kleinigkeit zu essen mitnehmen vielleicht. Ich will das nicht. Holla, die Waldfeeine. Komm mal, Alvin. Wir haben es zu tun. Wir haben es auch echt eilig. Du hast auch eine Rennanimation, wa? War auch nicht gut. Äh, Moment mal. LOL. Ich bin rückwärts schneller als vorwärts, ohne Ausdauer zu verbrauchen. Also, ich renne nicht rückwärts, aber... Hä? Moment. Tatsache. Vorwärts langsamer? Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Er muss schon rennen. Okay, doch nicht. Nee. Es liegt nur daran, dass dann eine normale Laufgeschwindigkeit deutlich langsamer ist als meine. Alles klar. Ich wollte jetzt auch ehrlich gesagt unkerne den ganzen Weg rückwärts laufen, weil bei meinem Talent renne ich irgendwo in die Wölfe oder Beeren rein. Oder Schlimmeres, falls es sowas gibt. So, hier müssten wir mal kurz rüber. Dann lege ich kurz die Steine ab. Wie gesagt, noch mal eine Kleinigkeit zu essen geschnappt. Vielleicht noch ein bisschen Löwenzahn. Wo ich echt nicht mehr so viel habe, verdammt. Ich hab auch keins mitgenommen, wa? Jo. Blöd. Oh Gott, jetzt müssen wir uns aber echt beeilen. Und da wir den Lesnikan auch nie wagen, kennt ihr das Spielchen? Der gesamte Weg wird mit in die Folge eingebaut. Auch wenn es jetzt schon die vorletzte Folge für diese Woche ist. Aber er hat uns ja schon gewarnt, dass der Weg dahin gefährlich sein kann. Vielleicht nehme ich doch noch vorsichtig bei den Sperren mit. Dann habe ich wenigstens auch eine gute Nahkampfwaffe. Oder ich schmeiß sie. Also, wir können sie ja auch werfen, meine ich. Ah, wir müssen gleich hierbleiben und hier anfangen. Hier ist auch viel zu erarbeiten, viel zu tun. So, die Stöcker schmeißen wir hier rein. Steine schmeißen wir hier rein. Trinkschlauch muss ich nochmal auffüllen. Ho, guck mal hier. Zehn Leder, bitte. Zehn. Danke. Das ging jetzt schön fix. Jetzt, wo ich das einmal umgestellt habe. Bevor ich mit der Dame quatsche, noch schnell den Speer geholt. Und habe ich ja hier fein sörperlich hingelegt. Dieser welcher dort? Ich hätte sogar noch Platz für weitere Speere, falls ich die schmeißen möchte. Ja. Für alle Fälle. Nicht, dass da jetzt irgendwie eine ganze Bande an Banditen sitzt. Dann würde ich sagen, die Holzspeere auf die zwei und der Kopferspeer auf die drei. Gut. Ähm, Alvin? Danke. Nein, lass mich hier raus. Oh, Mann. Achso, ja, den Trinkschlauch muss ich auch nochmal kurz... Ich habe es eben noch erwähnt und schwer vergessen. Oder hast du was zu essen für mich? Ich habe Hunger. Och, Mann. Goodbye. Okay, so richtig doll Hunger habe ich jetzt nicht, aber... Wäre schön gewesen, wenn sie mir was gegeben hätte. Ah, Trinkschlauch. Hier, lege ich mal kurz auf die vier. Zack. Ausrüsten. Auffüllen. Eine halbe Weltreise wegen deiner komischen Idee mit dem Bogen. Mann. Stecken wir uns noch ein bisschen gebratenes Fleisch ein. Für alle Fälle. Was sagen die Felder? Achso, ist ja sowieso alles soweit. Stimmt, ist ja alles fertig. Mehr oder weniger. Dann, gebratenes Fleisch. Nimmst du mal zehn Stück mit? Habe ich auch eine Fackel bei? Nein, natürlich nicht. Ist ja nicht so, dass wir gleich noch durchs Dunkel latschen müssen. Nein, Alvin. Och, Mann. Junge. Och, lass mich raus, Alter. Klatsch gleich, aber kein Beifall. Das schwirkt ihr. Ah, habe die Fackel vergessen. Blöd. Aber was ich cool finde, dass die zum Feierabend auch richtig schön sozial leben machen. Dass sie miteinander quatschen. Den Sonnenuntergang beobachten und so eine ganze Sache. Das gefällt mir richtig. Da komme ich denn beide mit. So. Alvin, jetzt, jetzt versperr mir doch nicht immer den Weg, Junge. So. Ach. Dieser Typ, ne? Ich nehme jetzt übrigens keinen Löwenzahn mit, weil ich habe kaum noch welches. Momentan wächst der nicht. Ich würde den Löwenzahn lieber dann verwenden, wenn ich noch wirklich dringend brauche. Also, zum Beispiel, ich wollte nochmal schnell da und dahin gelangen. Wegen Steuernzahlen zum Beispiel und irgendwie von die Zeit vergessen und nur noch zwei Ingame-Stunden Zeit, bis ich bezahlt haben muss oder so in dem Dreh. Obwohl, dann schläft der eh schon in der Unigost. So, hier war doch irgendwo der Weg, ne? Für den Fall der Fälle schon mal den... Speer... Äh, den Bogen ausrüsten. Der wird noch ein, zwei Schuss vielleicht noch machen und dann wird der kaputt gehen, wa? Ah, sieh, erschreckt mich doch nicht so. Geht das Spielchen wieder los? So, gehen wir erstmal zum Dorf, was wir schon kennen. In der Hoffnung, dass wir unterwegs nicht noch eine aggressive Sau erwischen. Aber eigentlich dürften die jetzt nicht aggressiv sein, weil wir haben jetzt Herbst. Ferkel werfen sie ja, glaube ich, nur im Frühling. So. Ja, ja, die Ausdauer, die Gute hat der Ausdauer. Und er schafft es natürlich, obwohl er sonst langsamer ist als ich. Oh, ich will auch so eine schöne Lampen. Bei uns im Dorf ist es immer so stockduster. So, aber lass das nicht lästiger. Genau, das ist jetzt Dänika. Jetzt müssen wir entweder querfeldein... ...oder einen riesigen Umweg. Ich nehme querfeldein. Wisst ihr auch, warum? Die Wahrscheinlichkeit, dass hier vielleicht doch noch... Ah, nee, Quatsch, ich bin ja schon einmal hier durchgelatscht. Ah, wir haben ja auch Wolfsdinger hier, ne? Nee, dann halte ich mich jetzt mal ein bisschen rechts hier vom Gebirge. Bis ich zur Straße komme. Das macht am meisten Sinn, glaube ich. Ich will jetzt ein bisschen vermeiden, mitten in die Wölfe reinzurennen. Vor allem, wenn es dunkel ist und wenn ich noch Alvin dabei habe. Ich habe mich keine Ahnung, ob er dadurch durch sowas sterben kann. Äh... Hier ist eine Straße? Oh, ja, tatsächlich, hier ist eine Straße, okay. Ich dachte, der wäre schon vorbei. Kaninchen. Ist natürlich blöd, dass es ausreichend jetzt auch noch dunkel wird, ne? Aber ich habe mir schon sagen lassen von einem guten Freund, der das Feuer let's playt hat. Ey, mach dir keine Sorgen. Es wird irgendwann die Phase kommen. Da musst du Jahre darauf warten, dass die Quest weitergeht. Dann hast du genug Zeit, um alles zu machen. Aber auch gleichzeitig hat er mir gesagt, lass das nicht zu lange Lieder essen. Da ist ein Lager. Kenne ich das Lager schon? Habe ich das schon ausgeräumt? Brennholz. Na gut. Ich nehme es mal mit, solange ich es noch tragen kann. Sonst muss ich es irgendwann wieder hinschmeißen. Ach, war bloß ein Hirsch gut. Aber ich glaube, ich war schon mal hier. Habe bloß das Brennholz liegen lassen. Ja, ist doch gut. Was willst du denn? Ist das dein Lager oder was? Ich glaube nicht, hier steht 0,2 Hirsch drauf. Mann. Aggressive Tiere immer. Wirst du gleich angeblückt. Na doch, hier werde ich schon gewesen sein. Also entweder ich bin blind und sehe nicht das wertvolle Zeugs. Oder ich war hier schon und habe schon abgeerntet. Und das steht jetzt einfach bloß noch hier rum, ne? Oh ne, ich war eigentlich nicht im Herbst hier. Ist hier auch keine Kiste? Nö? Na gut. Zurück zur Straße. Seeadler gefunden, okay. Schon mal den Bogen ziehen vor sich selber. Ist jetzt natürlich ziemlich dunkel für euch. Aber ich will die Facke noch ein bisschen aufsparen. Weil wir haben auch einen Rückweg vor uns. Da fällt mir ein. Die Frau wird jetzt schlafen, ne? Wenn wir sie jetzt anquatschen, spätestens dann will sie uns erschießen. So, was sagt die Karte? Ich bin auf dem richtigen Weg. Hier ist eine Brücke. Man sieht sie nicht, aber sie ist hier. Aber ein bisschen gehört haben wir jetzt den Unterschied, dass ich auf Holz gelaufen bin. Aber es war sehr leise. Hier ist Falke. Alter, ich sehe nichts. Kaninchen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue uns einfach mal ein Feuerchen und schlafe hier. Habe ich Stöcke bei? Nee. Aber ich kann Stöcke sammeln. 16 Stück waren das aber, ne? Warte, ich habe wieder dieses Phänomen, dass das so ruckelt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe echt, das kam irgendwie nur mit dem letzten Update und sie wissen es und werden es bald beheben. So. Entschuldigung. Ähm. Nee, nicht hier, sondern... Da war das. Hier war das. Das da. Zack. Entfachen. Huch. Fackel aus. Äh, gute Nacht. Und ist Alvin noch da? Ich hoffe, du hast auch geschlafen, Junge. Weil wir haben noch einen Weg vor uns. Oh. Hi. Ja, moin. Noch ein Bogen. Alles klar. Was? Gesundheit. Nee, ich warte mal. Bisschen was essen. Hast du auch Hunger? Nicht? Hab's so gut gemeint. Pfeil. Ha. War Steinpfeil. Immerhin. Habe ich wieder 29. Korrigiere 30. Moment, hatte ich nicht 38 eingesteckt? Offensichtlich nicht. Habe ich vielleicht noch welche zu Hause gelassen. Oder ich konnte gar nicht mehr so viel tragen. Vielleicht deswegen. Na gut, weiter geht's. Auf nach Lesnika. Auf nach Lesnika. Ähm. Was? Wieso? Nein. Aua. Warte mal. Was soll denn das? Alvin. Hilfe. Der ist ausgewieschen? Ha. Ha. Beide auf einmal. Yo. Yo. Kippt um, ihr Schweine. Aua. Was denn? Tut's weh damit. So. So. Mein Speer ist hinüber. Verdammt. Ins Gesicht. Ha. Ha. Warum hast du mir nicht geholfen, Mann? Klubf mich nicht so an wie so ein Goblin. Ha. 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 Da ist ein Lager. Das hab ich nicht gesehen. Ha. Käse. Die Münzen auf jeden Fall. Käse. 65 Nahrung. Nice. Weinflasche. Bierflasche. Zwiebeln. Boah. Fleisch mit Soße, ne? Kommt ja auch wieder. Aber zurück. Auf uns. Kann ich den zur Seite stoßen? Geht das irgendwie? Weil der hat ein Messer. Ist nur ein Steinmesser? Egal. Ah. Siehste. Das hab ich auch vergessen mitzunehmen. Falls ich eine Jagdmission gehabt hätte. Aber gut. Steinmesser sind ja schnell hergestellt. Und hast du gebratenes Fleisch für zwei Stück. Sehr schön. Und nochmal Münzen. Boah. Aber hab ich mich erschrocken, ey. Hatte der nicht ein Knüppel? Wo ist denn der? Kann ich den zur Seite schieben? Irgendwie geht das? Ne. Äh. Zuallererst einmal. Der Kupferspeer ist jetzt komplett im Arsch. Ja. Das ging schnell. Das ging verdammt schnell. Hätte ich nur nicht gedacht, ne? Okay. Aber wo ist jetzt von dem der Knüppel hin hier? Der hat doch einen Knüppel geschwungen. Wo ist denn der? Hier. 31. Naja. Immerhin. Dann lege ich mir lieber den auf die 3. 20 Schaden. Naja. Besser als nichts. Lass uns mal das Lager durchsuchen. Oh. Guck mal hier. Tontasse. Met. Neuer Trinkschlauch. Und wie viel Prozent noch? 79. Schnell mal hin. Baumstumpf. Nur zum Hinsetzen. Kann man nicht mitnehmen. Wäre auch ein bisschen übertrieben, ne? Bloß ein Pilz. Aber hier. Noch mehr Münzen. Dein Ernst? Dein Ernst? Wozu habe ich mir den hergestellt? Ne. Das ist der Große sogar. Nice. Okay. 55 Kilo Tragelast. Öffnen. Gesalzenes Fischfilet. Haferbrötchen. Meerkornbrot. Salzfleisch. Weizenbrot. Wow. Wow. Ich werde bald reich. Ich werde bald reich. Kupfermesser. Und noch mehr Zeugs. Noch ein kleiner Rucksack. Krass. Das muss ein Ast. Zwei Halunken sind so reich gewesen hier. Und mir geht immer noch so ein bisschen das Herz flattern. Wegen der Typen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich dachte, okay, vielleicht maximal einer oder irgendwie ein aggressives Tier oder so. So ein bisschen wie bei der Mission aus Can't Come Deliverance mit Theresa und Bianca. Aber das wird gleich so abiert hier. Kannst du jetzt mal aufhören zu zappeln? Das irritiert vor. Ich denke, du lebst noch. Ich bin bald so was von reich. Ich bin bald so was von reich. 30 Schaden macht das Messer. Macht er mehr als der Klippel. Aber der Klippel hat mehr Reichweite, ne? Ah. Denk ich mal. Steht das vielleicht irgendwo? Nee. Weiter nach Lesnika. Nee, zuerst im Bogen. Na ja, okay. Direkt hier vom Lager wird keiner stehen, ne? Und lass mich raten. Die Dame wird jetzt sagen, erledige Banditen. Und dann kann ich die Quest nicht erfüllen, weil die schon tot sind? Ja, schön, dass du zugeschaut hast. Apropos. Mit dir gehe ich nur noch mal hin. Du hast mir nicht geholfen, Böderhund. Schönen guten Dach. Lutabor. Äh, Lutobor. Aber mit dem muss ich nicht reden. Achso, steck die Waffe weg. Du bist jetzt im sicheren Gefilde. Hier ist auf jeden Fall eine... Höre ich da? Blasebalk. Ja. Hier ist ein Schmied. Okay. Moment, wenn hier ein Schmied ist, dann muss doch hier in der Nähe ebenfalls eine Höhle sein. Obwohl. Bei dem anderen Dorf war kein Schmied und da war eine Höhle. Oh, hi, da ist er ja. Gisela, Hallöchen. Was willst du? Hallo, meine Beste. Alvin würde gerne einen Bogen von dir kaufen. Hat dein Freund etwa seine Zunge verschluckt? Nein, würde ich nicht. Ich bin nur der Gesprächigere von uns beiden. Ihr schafft es beide, mir sofort auf die Nerven zu gehen. Ihr ergänzt euch also ohne Frage wunderbar. Also, sparen wir uns das Gequatsche und kommt zum Punkt. Zeig uns deine Waren. Sehr schön. Damit triffst du das Schwarze. Handeln wir. Großartig. Sprich mit Alvin. Alvin, komm mal rein. Sag nicht so unhöflich. Komm, komm mal richtig rein hier. Alvin? Dein Ernst? Ich glaube, ich brauche eine neue Hose. Sie wird etwas gereizt. Wahrscheinlich hat sie schon eine Weile nichts getötet. Oder niemanden. Ach, er hat sich in die Hose gemacht. Okay, ich verstehe. Sie ist einschüchternd. Wahrscheinlich packt sie sich ein paar Bären ganz einfach zum Frühstück. Na, einen Bogen hast du doch jetzt. Der Rest kommt mit der Zeit bestimmt von ganz allein. Okay, diese Dialoge passen nicht zusammen in meinen Augen, aber okay. Noch mehr Reputation bekommen? Hier, nimm das hier. Das sind ein paar von den neuen Pfeilen, die ich mir geschafft... äh, die ich mir angeschafft habe. Die sind dafür, dass du mir geholfen hast. Schon wieder. Kein Problem, jederzeit. Nee, ich hab keinen Bock auf Prügeleien wegen dir. Die hätten mich fertig gemacht, wenn ich nicht so schnell reagiert hätte. Äh, was hab ich jetzt für Pfeile bekommen? Moment. Oh. Oh. Meins. Nice. Äh. Handelt sie auch? Sie handelt auch. Und zeigt mir deine Waren. Setzen wir der Sache endlich mal ein Ende mit dem Bogen hier. Dann kriegt sie noch die Bierflasche. Dann kriegt sie zwei kleine Rucksäcke. Dann kriegt sie, äh... Nee, das Fleisch nehme ich mit für unterwegs. Aber die Fischvillis kriegt sie. Ah, Brot essen oder verkaufen? Gute Frage. Ah. Den Miet kriegt sie auf jeden Fall auch. Wie viel Geld hat sie noch? Noch ein Tausie. Hier kriegt sie Salzfleisch. Die Tontasse hebe ich mal auf. In der Hoffnung, ich kann die noch verwenden. Hier noch die Weinflasche und die leere. Weizenbrot. Zwiebeln könnte ich mitnehmen. Die halten sich ja ein Weilchen. Aber cool, dass ich jetzt auch einen neuen Trinkschlauch habe. Das freut mich wirklich. Hab schon befürchtet, mir irgendwie einen kaufen zu müssen. Na komm, hier. Käse ist mehr, komm, Brot. Den Käse würde ich vielleicht tatsächlich behalten. Für unterwegs. Ach komm, hier. Nimm den Käse. So, war bestimmt sowieso erst. Oder hätte bei euch landen sollen. Oh, haben wir einfach mal 5000 Gold. Silber, ihr wisst schon. Und sie hat auch eine Quest, aber nee. Nächster. Diplomatie Level. Oh. Ach so, ja klar. Wenn, wenn ich Diplomatie, Handel treiben, Marktstand. Ja, stimmt, da war ja was. Schon wieder vergessen. Okay, Fertigkeit, Diplomatie. Hab ich das noch nicht gemacht? Ach ja, stimmt. Ich war ja mal zuerst auf Romeo gegangen. Okay. Nee, dann kommen jetzt hier endlich mal die Erfahrungspunkte rein. So. Äh, Schmied. Ich möchte nur mal aus Interesse gucken, was man bei dir kaufen könnte. Ja, ebenfalls. Ich kann bei ihm Bögen kaufen. Interessant. Schere. Sense. Ja, brauchen wir auch noch unbedingt. Obwohl es auch mit der Sichel geht, ne. Hast du zufälligerweise einen Hammer hier? Ja, einen Eisenhammer für 450. Vielleicht kann ich mittlerweile auch selber herstellen. Ich hab ja ein bisschen Eisen jetzt da. Die kosten nur so wenig? Wird aber bestimmt lange brauchen zum Nachladen. Aber man muss ja richtig Spannung hier rauf bekommen. Pech haben ist es sogar eine mit Kobelspannung. Fischbeere. Nee. Da ist Garn kaufen günstiger und selber herstellen. Aber im Allgemeinen wollte ich mal gucken, ob es vielleicht auch sowas wie Waffen gibt hier. Aber nicht so wird. Also ein Schwert habe ich jetzt nicht gesehen. Es gibt Wurfsteine. Man kann Wurfsteine herstellen? Okay. Hm. Ich glaube, ich hatte Glück bei den Zweibanditen, dass die gerade keine Fernkampfwaffen haben. Sonst wäre ich dezent im Arsch gewesen, auf gut Deutsch. Nee. Nee. Eine Siel wäre vielleicht noch okay, weil sie in Landwirtschaft und Produktion jeweils zwei hat. Ist aber auch nicht so die tollste, ne? Von den Werten her. Boah, mir geht immer noch so ein bisschen die Sause wie in der Banditen. Die haben mich richtig erschrocken. Ist da jemand? Nee, sah nur von Weitem so aus. Bam! So richtig schöne Schelle auf dem Hinterkopf. Die hätte er jetzt verdient, die habt ihr. Dass der mir nicht geholfen hat. So, eigentlich könnte ich sogar... Nee, fülle ich erstmal noch nicht auf. Den hier. Den lege ich erstmal noch zu Hause ab. Bei der Tontasse versuche ich einfach ein Blümchen reinzustecken und das dann damit wertvoller verkaufen zu können. Jetzt liegt hier der nächste Loot. Dein Ernst? Eisnerz. Eisnerz. Zinn. Salz. Salz. Eisnerz. Okay. Ähm. Wieso? Das wird eine Lieferung an den Schmied gewesen sein aus dem Dorf, wo wir gerade waren. An Lesnicker. Aber warum war in dem zweiten Fass jetzt so gut wie nichts drin? Ich will ja nicht gierig erscheinen, aber... Wer das dir schon schenkt, kannst du auch voll zugreifen, ne? Also... Warte mal, vielleicht sind die von da... Ich muss was gucken. Ich muss das jetzt gucken. Das tut mir leid. Ich wollte eigentlich nach Hause, aber... Bisschen Erkundung kann man sich ja vielleicht mal erlauben. Mist. Warte mal, hier waren wir doch schon, oder? Ja. Natürlich waren wir hier schon. Wir hatten da hinten irgendwo, glaube ich, die Visenz gesehen. Oder? Nee, die waren da. Moment. Das tut jetzt Not. Ich will mal erst mal vor Weitem gucken. Aber ich weiß ja nie, was hier so kreucht und fleucht, weil wir haben ja hier auch Wolfsgebiete in der Nähe. Meine gut. Gut. Wenn es hier ein Visenz oder ein Bär wäre, könnte ich es versuchen tatsächlich. Weil mit dem Zaun, ich glaube nicht, dass die da durchpreschen. Dann eher hier so einen kürzeren Zaun. Immer dahinter stehen, drauf schießen und immer... Die so ein bisschen rumlaufen lassen und selber zur Not einfach den hier machen. Okay. Das mit dem Einfachwagen nicht so einfach. Man kann nicht drüber. Doch, an gewissen Stellen geht's. Okay. Ich habe aber trotzdem neugierig, ob wir hier vielleicht eine Höhle haben. Also ich wusste ja, dass es Banditen mittlerweile in diesem Spiel gibt. Aber ich habe eher damit gerechnet. Unigos sagt dann irgendwann, wir haben ein Problem. Banditen sind jetzt aufgetaucht, weil irgendwie Nachbarland ist Krieg und bla 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 bla. Irgendwie so in dem... Dreh. Ich habe nichts auf der 1 ausgerüstet. Moment. Nein, Timer. Das ist mir jetzt wurscht. Jetzt bin ich vorsichtiger, wenn ich so ein Lager finde. Nichts, dass ich hier reinrenne und hinter mir steht auf einmal einer und schlägt mich tot. Grottensame, ja gut. Oh, Pflaumenbaumsetzlinge. Das wiederum finde ich schön. Weil eigentlich hatte ich ja ursprünglich vor, die Bäume woanders zu pflanzen, als ich sie jetzt gepflanzt habe. Dass es noch ein bisschen schöner aussieht später, wenn die groß sind. Wie das war es? Nur die Axt und... Okay, was heißt nur? Mit den Setzlingen, ich denke ja immer ganz stark, dass die Setzlinge für die Ewigkeit gepflanzt sind, ne? Ich habe nur so ein bisschen auf weiteres Erz gehofft. Oh. Bitte, 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 tut mir den Gefallen. Sagt mir nicht, wo es Höhlen gibt. Lasst mich hier rumstiefeln. Zum einen finde ich dann solche Sachen. Warte, hier war ich schon, glaube ich, ne? Ja, hier gab es eine Schaufel, eine Eisenschaufel. Ja, also zum einen finde ich dann solche Sachen. Und zum anderen will ich das ja, wie ich schon mehrmals erwähnte, eigentlich im Let's Play blind erleben. Also blind spielen. Alles selbst herausfinden. Klar, ich könnte auch googeln. Kein Thema. Mach ich aber nicht. So. Da haben wir schon mal Delica. Na gut, ansonsten war ich ja hier schon einmal im gesamten Gebirge drin. Vorsicht. Nicht, dass du dir noch einen Knochen brichst. Pass auf, Leute. Ich würde sagen, von hier aus den Weg kennt ihr schon. Ich würde jetzt hier einen Cut machen. Dann überlege ich mir was Schönes, vielleicht noch Spannendes für die nächste Folge. Wie spät haben wir es denn? Es ist 13 Uhr. Okay. Dann werde ich wahrscheinlich den Rest des Tages damit verwenden, wieder Steine zusammen mit so den ganzen Sachen. Beziehungsweise die Werkzeuge für unsere fleißigen Leutchen zusammen zu können. Craften. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaut einfach morgen wieder rein. Morgen gibt es auch wieder eine extra lange Folge. Also dann, ciao.